Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sehr schön. Hast lange gebraucht, bis du fragst. Und, warum hast du dein Leben auf der Erde aufgegeben? Wir gingen an Bord der Avalon mit einem Ziel. 120 Jahre im Hyperschlaf heißt, in einem neuen Jahrhundert auf einem neuen Planeten aufzuwachen. Aber vor einem Jahr änderte sich alles. Hallo? Ist jemand hier? Hallo? Hast du, was hier vor sich geht? Sonst ist niemand wach. Ich glaube, mit den Schlafkammern ist was schiefgelaufen. Wir sind zu früh aufgewacht. 90 Jahre zu früh. Das ist nicht möglich. Wir müssen wieder einschlafen. Können wir nicht. Aurora, wir lieben dich. Irgendwas stimmt nicht. Ganz gewaltig nicht. Was machen wir jetzt? Vertraust du mir? Das Schiff ist verloren. Ich muss das tun. Nein! Wenn du stirbst, sterbe ich auch. Es gibt was, das ich dir noch sagen muss. Es gibt einen Grund, warum wir zu früh aufgewacht sind. Das Schiff ist, das ist ein Grund, warum wir zu früh aufwachen. Es gibt nicht nur einen Unterschied. Aber wir müssen uns einfachen. Das Schiff ist, das ist ein Grund. Das Schiff ist, das ist ein Grund, warum wir zu früh aufwachen.